Sadhana ist ein spirituelles Ritual. Es ist ein Ritual, das du regelmäßig machst, jeden Tag und am besten immer, ein Leben lang. Es kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Es kann eine Gottesanbetung sein, indem du Mantras singst oder sprichst. Das können körperliche Reinigungstechniken sein, das kann eine Yoga-Praxis sein, das kann Pranayama sein. Aber alles, was rituell geschieht, also regelmäßig, um dich auf das einzustimmen, auf dein höheres Bewusstsein oder auf das Göttliche. In Indien ist natürlich klassisch, dieses Programm frühmorgens aufzustehen, richtig drei, vier Uhr aufstehen, in den Saal zu gehen mit den anderen, Mantren zu chanten. Und was ich spannend finde, dass das die indische Art ist von Sadhana. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Dinge, die aus Indien kommen, die ganze Tradition, die aus Indien kommt, für uns, für uns westliche Menschen einfach abzuwandeln. Und da ist es wichtig, eine Form zu finden, die für uns machbar ist. Weil keiner, der einen normalen Job hat und ein normales Leben führt, wird jetzt vier Uhr aufstehen können und dann seine Gottesanbetung durchführen oder seine Yoga-Praxis. Und ich finde es auch verstaubt, ganz ehrlich. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass diese Form von so einer starken Disziplinierung, dass du um vier Uhr aufzustehen hast und dass du dich da Gott zu widmen hast, da steckt für mich so eine sehr starke Disziplinierung oder so ein Druck dahinter. Und ich glaube, dass das alles mit viel mehr Leichtigkeit und Freude auch geschehen kann. Und dass es egal ist, wann ich aufstehe. Und auch wenn ich um neun Uhr morgens aufstehe, dann kann ich da lächelnd aufstehen, weil ich sage, ja, jetzt mache ich meine Yoga-Praxis oder mache meine Atem-Praxis oder was auch immer und freue mich darauf, weil ich dann entspannt oder gelassen oder friedlich oder freudig in den Tag gehe. Ich wache morgens auf und ich habe mir angewöhnt, erst mal mit so einem Lächeln aufzuwachen, also mich auf den Tag zu freuen. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Manchmal hat man schlecht geträumt oder hat nicht gut geschlafen und dann ist man eher schlecht drauf und geht eher wie so ein Morgenmuffel in den Tag. Und ich mache das ganz bewusst, weil ich auch Zeiten hatte in meinem Leben, wo das überhaupt nicht so war. Also wo ich aufgewacht bin und keine Lust hatte auf den Tag. Oder ganz ehrlich gesagt, keine Lust hatte zu leben. Und deswegen habe ich, das ist das allererste. Ich wache auf und sage, wow, mal schauen, was mir dieser Tag bringen wird. Mal sehen, wem ich begegne, was ich für Erfahrungen machen werde, welchen Herausforderungen ich begegnen werde. Aber freudig, weil das das Leben ist. Einfach so eine Lust auf dieses Spiel des Lebens zu haben. Und dann habe ich natürlich tatsächlich Rituale. Ich fange an mit Nasendusche. Und zwar mache ich die Nasendusche nicht mit dem Kännchen. Das vertrage ich nicht so gut, sondern es gibt in der Apotheke so richtig diese Nasenduschen, die man so halten kann, wo der Wasserdruck quasi von alleine das Wasser durchspülen lässt. Das empfehle ich allen Menschen, die irgendwie immer mal eine verstopfte Nase haben. Im Winter, wenn die Heizungsluft die Nase austrocknet. Im Sommer, wenn man irgendwie vielleicht Heuschnupfen hat oder so. Das ist super. Ich mache das morgens und abends, Nasendusche. Dann Zungenschaben ist toll. Einfach einen Zungenschaber kaufen und das machen. Das mache ich. Es gibt aber noch Leute, die machen Ölziehen. Einfach Bioöl, vielleicht Sesamöl zum Beispiel. Einen Esslöffel in den Mund nehmen und ein paar Minuten quasi durch die Zähne ziehen. Ja, hin und her. Und das zieht quasi die Gifte aus der Mundhöhle. Und dann als nächstes, was ich mache, ist ein Liter heißes Wasser trinken. Das praktiziere ich jetzt schon über 20 Jahre. Und das ist toll. Also mit diesem heißen Wasser, das ist ja aus dem Ayurveda. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Manche sagen, was, ein Liter, das schaffe ich niemals. Und da gewöhnt man sich aber dran. Erstmal ein großes Glas Wasser. Erstmal damit anfangen. Meistens nehme ich mir das zweite große Glas Wasser dann mit auf die Yogamatte. Und dann beginne ich Yoga zu praktizieren. Und das Tolle ist, wenn du so viel heißes Wasser getrunken hast, dann beginnst du schon von ganz allein zu schwitzen. Und du bist dann schon warm. Einfach nur von diesem Ritual. Und dann beginne ich meist dann auch meinen Tag mit einer schönen Yoga-Praxis. Also ich liebe es morgens dynamisch zu praktizieren. Aber jeder ist anders. Manche machen vielleicht nur Pranayama oder machen ganz sanft. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich diese aus der indischen Tradition kommende Form von Selbstdisziplin oder Askese oder so eine, ich übertreibe mal jetzt, so eine Selbstzüchtigung. Also sich ganz stark zu etwas zu zwingen. Davon halte ich nichts. Und auf der anderen Seite muss man natürlich raus aus seiner Komfortzone. Also im Yoga nennt man das ja Tamas. Das ist ein Guna. Und Tamas ist das, was einen so schwerfällig macht. Was einen so träge macht. Und das kennt jeder, dass man so eine Trägheit hat, wo man morgens aufsteht und so, oh nee, nicht auf die Matte. Also das kennt jeder. Und jeder sehnt sich aber eigentlich danach, weil du weißt ganz genau, es tut mir gut. Nach der Yoga-Praxis geht es mir gut. Aber erstmal diesen Schritt auf die Matte zu schaffen. Und dafür braucht man natürlich eine Disziplin. Und mir hat da sehr geholfen, damals der Mark Whitwell, vor vielen, vielen Jahren, der mir einfach gesagt hat, Valentin, roll deine Matte morgens aus und stell dich einfach mal drauf. Also ohne Erwartungshaltung. Also nimm dir nicht vor, eine Yoga-Praxis zu machen, sondern roll nur deine Matte aus, stell dich drauf und dann warte mal, was kommt. Und das Tolle ist, das funktioniert. Weil du fängst automatisch an, was zu machen. Nimmst du mal die Arme, dann machst du mal einen halben Sonnengruß. Und plötzlich entwickelt sich so eine Praxis und plötzlich bist du mittendrin in der Yoga-Praxis. Und ich glaube dieses, wie so dieses kindliche Herangehensweise. Also sich nichts vorzunehmen ohne so einen Erwartungsdruck an sich selbst. Du musst jetzt aber Yoga machen, damit es dir gut geht. Schon hat man wieder dieses Paket hinten dran. Und dieses Paket kennen wir eh alle. Wir wollen das alle eh nicht. Wir haben genug Pakete aus dem Job und genug Pakete aus allen Pflichten, die wir eh zu erledigen haben. Deswegen ist es gut, an diese Dinge, die uns wirklich gut tun, ganz leicht ranzugehen, ganz spielerisch und das zu tun so. Du schaffst ja automatisch einen Raum für eine gute Wahrnehmung deiner selbst. Und das ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung. Also wenn ich jetzt morgens meinen Zungenschaber nehme und die Zunge reinige und am Abend vorher gesoffen habe oder noch ganz spät gegessen habe. Und du spürst es morgens. Du machst dieses Ritual und merkst, da kommt aber was. Und dann hast du selbst keine Lust mehr drauf. Das ist das Schöne. Du merkst sofort den Effekt deiner Handlung, also die Wirkung der Ursachen, die du setzt. Und das fängt bei der Ernährung an. Und deswegen habe ich ganz bewusst dann irgendwann, also das ist jetzt meine Entscheidung, ich verbreite keine Dogmen. Jeder soll das Leben führen, das ihm gut tut. Aber ich musste in meinem Leben beispielsweise ganz konsequent mit Alkohol aufhören. Weil ich sage immer, ich habe quasi für mein ganzes Leben schon im Voraus gesoffen, damals ja, als ich noch Schauspieler war im Theater. Und dann habe ich konsequent das beendet und trinke jetzt seit schon acht Jahren keinen Alkohol mehr. Und das tut mir so gut und ich spüre das. Damals hatte ich immer so einen Kopf morgens und habe gedacht, das ist normal. Also als wenn es normal wäre, morgens mit solch einem Kopfschmerz aufzuwachen. Und je mehr man so einsteigt, was tue ich mir an, was tue ich mir Gutes? Also in Form von Ernährung, aber Ernährung auf allen Ebenen. Welche Menschen tue ich mir an? Welche Menschen lasse ich eher aus meiner Aura raus oder aus meinem Umfeld, die mir nicht gut tun? Im Beruf, im Privaten, alles. Irgendwann umspannt es deine Ganzheit, dein ganzes Leben. Und dann macht sich das bemerkbar in Form von Leichtigkeit, von wie auch eben im Yoga das Guna, das wir als Yogis anstreben, Satwa. Und Satwa ist eben die Leichtigkeit, so eine Lebensfreude, viel Energie zur Verfügung haben. Plötzlich hast du das Gefühl, du bist gar nicht mehr müde. Und wenn man, also ich bin, ich sage immer, ich bin beispielsweise Veganer mit Joker-Cut. Also ich bin schon prinzipiell vegan. Ab und zu brauche ich nochmal vielleicht ein Stück Fisch oder, aber ganz selten, ja, oder mal ein Ei. Und ich bin da ganz entspannt, weil ich finde, so das Wichtigste ist, auf seinen Körper zu hören. Und, also nicht auf den Suchtkörper. Auf den habe ich damals gehört. Er hat gesagt, abends, du brauchst wieder deinen Rotwein, ja. Und dann, sondern auf diesen Teil der, die Stimme, die wir alle in uns haben, die genau weiß, was gut für dich ist, was nicht. Und dann macht man morgens sein Ritual, ja, und merkt so, ja, ich bin gesund, ja. Ausprobieren. Also weißt du, weil ich habe damals, da war Yoga, war noch ein Fremdwort für alle, ja. Da haben alle noch sich unter Yoga die Hausfrauen vorgestellt, die auf dem Schafwell irgendwie umsingen, ja. Und da habe ich mir damals ein Buch gekauft und habe einfach drin gelesen und in mir war aber eine Sehnsucht. Ja, ich hatte so eine Neugier. Ich wollte irgendwas anders machen. Also irgendwas in mir, ich war ja damals noch sehr jung, hat gesagt, nee, irgendwie so stimmt es nicht, so wie ich es gelernt habe. Und wir kommen ja alle irgendwo her. Wir haben alle irgendwie das nur gelernt von unseren Eltern, von den Lehrern, von unserem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Und dann kann man nur auf seine Sehnsucht hören und ausprobieren, Erfahrungen machen, ne. Und da kriegt man, ja, überall aus Büchern oder von Yogalehrern, ja, mal den eigenen Yogalehrer fragen, was er so, was er denn so macht. Und dann probieren, was für dich das Beste ist. Ja. 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 Ja, ja.